Führen Sie sich das Diagramm Ihrer Zahlungsbereitschaft für jede Eiskugel noch einmal vor Augen. Wenn jede Kugel 50 Cent kostet, wie groß wird dann die gekaufte Eisportion sein? Sie werden nur die Kugeln kaufen, die Ihnen mehr wert sind als die 50 Cent, die Sie bezahlen müssen. Die gekaufte Eisportion umfasst damit drei Kugeln. Ihre Zahlungsbereitschaft für die gesamte Portion beträgt 6 Euro. Sie müssen dafür aber nur 1,50 Euro zahlen. Also beträgt die Konsumentenrente 4,50 Euro. Beim Kauf der vierten Kugel würde Ihre Konsumentenrente um 25 Cent sinken. Doch kehren wir noch einmal zur ersten Berechnung zurück. Hätten Sie anstelle der drei Kugeln nur zwei gekauft, wäre die gesamte Konsumentenrente um 50 Cent niedriger. Beim Kauf von drei Kugeln ist die Konsumentenrente maximiert. somebody muss drei Kugeln nicht zufassen, würde ihn ja auch so koopergrenzen подписchen. Für die intimate CPU sind die Konsumenten geüttet worden. Vielen Dank.